Hallo, wie kommen wir rüber? Ja, obenrum wäre schon sinnvoller. Wieso gehen wir runter? Ich will obenrum gehen. Da war nämlich jemand. Kann ich obenrum gehen? Einfach da so und dann runter, ne? Na, komm schon. Genau. Komm schon, ja komm schon. Schaffst du, schaffst du, schaffst du nicht. Ich will da hoch. So nah und doch so fern. Steine. Schub sie um. Verdammte Scheiße. Wie kommen wir denn da hoch? Ich will da hoch. Ich will da hoch. Da brennt was. Mist. Also müssen wir scheinbar unten lang, obwohl da ein Weg ist. Ich will da aber hoch. Dann gehen wir runter. Wir gehen ja schon runter. Kommt der jetzt nochmal? Gucken. Nee, der ist weg. Tschüssi. Ach, gestolpert. Ach, fuck. Noch ein Stein. Ach, scheiße. Ach, fuck. Und noch eine Nachricht. Komm mal hier unten lang, hier unten lang, hier unten lang. Ich würde jetzt so gern einmal einfach nur so hüpfen, so. Kann man da runter? Ich muss da runter. Da ist der Weg. Komm ich da so und dann zack. Aha. Jetzt hab ich den Plan. Jetzt hab ich den Plan. Glaub ich. Wow, wow, wow. Glaub ich zumindest. In a footnote, the editor comments that at this point Donnelly was going insane as syphilis tore through his system like a drunk driver. He's not to be trusted. Many of his claims are unsubstantiated. And although he does paint a colorful picture, much of what he says may have been derived directly from his fever. But I've been here and I know, as Donnelly did, that this place is always half imagined. Even the rocks and caves will shimmer and blur with the right eyes. Soll das ein Kreuz sein? Bin ich aber gespannt, wer da oben rumpasen war. Oh nein, es ist windig. Oh fuck, wieder gegengelaufen. Oh Gott, jetzt hab ich nasse Füße, verdammt. Was sieht so aus, als wären hinten Feuerwehr, Feuer, schön warm, wärmen am Feuer. Mann. Ja, ein Feuer, ne Kerze? Ne Kerze. Ja, ne Kerze. So, wärmen wir uns jetzt erstmal an der Kerze. Oh Gott, ist das warm. Oh, schön die Füße rein, komm schon. Zack, so, und die Hintern auch. Oh, ist das warm. Oh, prima. So, jetzt wo wir wieder trockene Füße haben, können wir weiter. Das ist wieder ein Loch. Alter, ich würd da gern so reinspringen. Ist das Loch von vorher? Ne, kann gar nicht sein. Das ist ein anderes Loch. Nein, 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 hey, hey, hey. Hä? Kann ich jetzt doch springen? Nein, kann ich nicht. Muss ich da? Ich will da nicht rein. Doch, eigentlich will ich schon rein. Nur, ich weiß, dann sterbe ich doch. Ich will da hoch. Ich muss da hoch. Ah, weiß mir keiner anderer. Dann, ähm. Jo, tschö. Ach du, ach du Scheiß. Bin ich jetzt tot? Bin ich tot? Nein, ich lebe, oder? Ah. Sind wir jetzt gestorben, oder? Ja, dann wird er stehen. Ja, es geht weiter. Es ist dunkel. Dunkel. Mach mal Taschenlampe an. Taschenlampe an, Taschenlampe an, Taschenlampe an. Donnelly did not pass through the caves. From here on in, his guidance, unreliable as it is, has gone from me. Und understand now that it is between the two of us and whatever Correspondence could be drawn from a wet rock. Ach, ach, tut der Kopfweh, ey. Der Kopf tut so weh, ey. Ach, du Scheiße, ey. Sind wir hier gelandet, wo ist denn das Loch? Sind wir von da oben runter gepastet und leben noch. Oh, noch ne Kerze, oh. Schön, Kerze, schön. Jo, jetzt bleibe ich hier. Bei der Kerze. Oh. Flicken. Wie kommen die denn da überall hin? Das Spiel sieht schon traumhaft aus. Die, die, die. Noch mehr Flecken. Nur nicht ins Wasser treten, sonst. Oh, grün. Oh. Oh, grün. Oh, die so wunderschöne. Mensch, grün. Einfach, boah. In mir sprudelt es gerade. Ich würde damit erinnern. Geh mal nochmal den Ding her zurück. Oh, grün. Mensch, grün. Prima. Oh, grün. Oh, ist das toll, ey. Oh, ja. Oh, doch noch mehr grün. Oh, Gott. Oh. Und jetzt setze ich mich hin. Oh, grün. Schön. Das ist ein Herz, das ist ein Herz, das ist ein Herz. Das ist ein Herz, das ist ein Herz, das ist ein Herz. Oder auch nicht. Das war was, wie nennst. Ein Herz, das ist ein Herz. Ein Herz-Museum. Ein Herz-Museum. immer obwohl hier ist jetzt was neues da ist jemand aber richtig kreativ gewesen oder sind das so so wie im film science zeichen von den außerirdischen nach die hamine die haben hier eine party geschmissen und ja was wir dadurch hier einfach hoch hier irgendwo muss der mann gewesen sein oder die kreatur boah sieht das geil aus sieht das geil aus ach du meine scheiße und der weg geht hier nicht weiter oder kamera hier hier nein wir müssen da runter springen da mal los hier luft holen luft geil das sieht so hammer aus sieht so hammer aus jetzt bedauere ich es dass ich nur in hd radio aufnehmen aber selbst ist in full hd spiele es sieht wirklich hammer aus das wasserbomb mensch ich würde gerne noch mal reinspringen noch mal noch einmal reinspringen kann ich das gleich auch geht nur nach rechts vielleicht kann ich noch mal reinspringen er das wäre das wäre genial auch schön auch schön auch schön der haare waschen heute hinter den hinterlangen vergessen ich könnte nur mal reinspringen nur nicht abrutschen nicht abrutschen nicht abrutschen prima ich frage mich wer die ganzen kerzen hingestellt hat ok ich frage mich wer die ganzen kerzen hingestellt hat ja scheiße auch hängen geblieben geil was ist das denn es tröpfelt es tröpfelt ab ich mach meinen mund auf und will paar tröpfen fangen am 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 auch geil hier noch welche zack so ja oh gott oh gott ah ey Pilze 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 ganz viele Pilze irgendwo hier war er doch oder doch das ist das von außen nein wie tief sind wir schon in Gebirge drin was geht denn ab wow da schwimmt was da schwimmt was da schwimmt was da schwimmt was wo ist es hin hinterher da da Brief lesen zum zum du 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 hey du na du wie geht's dir scheiße kommt da noch was ne wir folgen einfach mal hier dem äh Briefchen ach muss nicht abtauchen komm wieder rein ach da ist nicht nur ein Briefchen wir können da nicht hin gegen die Strömung schwimmen um das war abschütteln ganze Wasser also von der Bahn geschwommen geil d 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 noch mehr zeichnungen d Ähm, ja, so, aha. Aha, da lang. Nee, da, von da kommen wir. Können wir da hinten lang? Äh, keine Spritzen? Nee, Spritzen sind böse. Du hast recht. Jetzt auf die andere Seite. Können wir rüberspringen? Nee, wir können ja nicht springen. Aber rüberspringen. Ja, 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 lass mich hoch. Ich will hoch, verdammt. Ich will hoch. Ich will doch hoch. Ach, Gott. So, what's that in? Aha, aha. Ein Bauplan. Tü, 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 tü. Aber kommen da jetzt noch mehr von diesen Hüten oder war es jetzt der letzte? Hatten wir eigentlich vorhin noch einen Weg? Nee, oder? Nee. Habe es im ganzen Wow-Gestolper und, äh, Kopfstoßen. Habe ich es irgendwie gerade vercheckt. Konnten wir da... Ja, wir können da hoch. Hey, alles klar. Super, prima. Wusste ich doch. Ich wollte euch nur mal die Gegend zeigen. Supergeil, oder? Sum. N-HZ oder M-HZ für Megahertz. Tü, 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 tü. Ich weiß gar nicht, sind wir jetzt noch in Chapter One oder haben wir schon den einen Chapter geschafft? Wow. Was ist das? Können wir da hoch? Können wir da runter? Mist. Können wir da hoch? Ah, ah, ah. Können wir... Nee, wir können nicht hoch. Okay. Ah, wieder hingeblieben. Oh, boah, boah, das geht gut in die Augen hier. Oh, fein. Nein, schön hoch. Endlich. Es kann nicht die Gimne sein, die dich zu den Skiern gebracht hat. Es kann nicht der Ort, wo du wieder wieder geäußert hast, um das Soil zu fertilisieren und in den Röcken zu machen. Jetzt muss ich eigentlich wieder zurück. Ja, prima. Hast du toll hingekommen, ey. Hier ist aber abgegangen, ey. Ja, leck'o mir, ey. Ach du Scheiße, ey. Okay, ja, mhm. Esther? Bist du hier? Ach, Esther? Nein, das ist nicht grün. Du, du. Puh, okay. Dann mal rein. Oh, ist geil. Doch. Ein bisschen tief. Ja, manch einer fragt sich, wie kannst du unter Wasser reden? Ja. Und wieder runter. Und. Oh. Schwimmen nicht vergessen. So. Oh, ein Wasserfall. Oh, hoffentlich sehen wir gleich nochmal die Gegend, wo wir runtergesprungen sind. Weil davon will ich unbedingt ein Bild machen. Ne, ein weiteres Loch, wo wir einfach reinsprungen müssen. Oh, das sieht aber auch genial aus. Screenshot. Und. Let's jump. 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 Blub. End.